Herzlich Willkommen bei Pardogs. Wir spielen Yoshi's Woolly World und es geht rein in Audrey's Gully. Wir spielen zu zweit und ich bin der Nico und ich möchte wissen, wo die versteckten Dinge sind. Zack! Ja, damit wir die 5 Sonnenblümchen finden. Jetzt werden wir natürlich, wir sind in der letzten Folge ein bisschen durchgeruscht, weil ich den Level überhaupt nicht mochte und den schon mal gespielt habe und das halt überhaupt nicht so funktioniert hat wie gewünscht. Aber wir bemühen uns jetzt in dieser Stage ein bisschen mehr suchbereit zu sein. Warum hast du das getan? Weil ich Hunger hatte. Also wenn man alleine spielt, dann hätte man warten müssen, bis der runter geht, damit man den verschlucken kann. Ey, oh Gott! Um oben das Ding zu zerstören. Aber wir haben ja das Glück, wir spielen zu zweit, da kann man so ein bisschen... Oh Gott, hier geht's abwärts. Ja, ganz langsam. Dass wir ja nichts verpassen, kommst du? Das Schöne ist, wenn hinter der Wand was ist, dann fängt die Wand auch an zu leuchten. Also das Spiel gibt da Hinweise, wenn man diesen Sticker hat. Kommst du? Oh Gott, das kann man nicht, ne? Ne. Ich springe. Oh, wie er extra langsam wurde eben. Rollst du deine Ration? Wenn ich nicht sterbe. Deine tägliche Ration knäuel. Ach, das kommt von dem hier. Bob. 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 Oh, wir haben auch unseren ersten Knäuel. Warte. Na. Ah, das hat irgendwie funktioniert. Ja, wie auch immer. Wollen wir ins Röhrchen? Hier geht's doch bestimmt rein, warte mal. Meinst du? Doch nicht. Warum ist denn das so? Ist das das Abwasserrohr oder? Ein grünes Röhrchen. Es ist diskriminierend, nur ein grünes Röhrchen reinzugehen. Was ist denn das? Damit hab ich nicht gerechnet. Kann mir jemand sagen, was das ist? Du darfst es abschießen. Wie geht's? Schießen nochmal? Mit X. Hast du ihm gerade die Beine weggel... Du hast eine Schleife draus geschlurft. Okay. Jetzt schieß ihn doch mal ab, Mann. Ach du doch mal. Oh, Alter, du... Ich hab doch X gesagt. Das kann doch nicht so schwer sein. Mir einmal zuzuhören. X ist oben die Taste. Da steht sogar auf dem Controller drauf. Spring doch mal ab, Mann. Oh nein. Oh Gott. Du verstehst mich einfach nicht. Okay. Hier geht's nicht. Komm her. Nee, auch nicht. Und hier nochmal. So. Hier auch überall nichts? Nee. Oh Gott. Oh mein Gott. Du kannst es auch mit L dann anhalten, ne? Dass es da stehen bleibt, wo du... So ein Schwenkram habe ich nicht. Nee, den darfst du auch abschießen. Oh Gott. Gleich, gleich, gleich üben. Was ist mit ihm hier? Ähm... Nee, nee, der tropft nur. Genau. Kannst du mal? Äh... Nach oben lenken, genau. Oder einfach auf dich raufspringen. Oh! Das... Du bist so reizend. Ja, ja. Es ist natürlich dann auch klug, dann da so... Nee, ich wusste nicht, dass die alle gleich... Ich wollte da nicht raufspringen, weil ich dann... Warum... Warum bleibst du denn immer einfach so stehen? Also... Das verstehe ich dann immer nicht. Weil ich warten wollte, bis das Ding ein bisschen tiefer ist. Dass ich der Beste dran vorbeigesprungen habe. Du holst wahrscheinlich mit deinem Daumen sowas von aus, dass du so 10 Meter brauchst, so ein bisschen mit dem Knopf zu gelangen. Das ist ja wieder. Diese Pflanze irritiert mich echt total. Ich hab keine Knäule. Na, die droppt ja welche. Warte. Bob! Du bist ein Knäuel. Na, geh weiter. Na, geh weiter. Na, hier oben ist doch noch... Da sind wir doch gerade reingegangen! Hä? War das nicht das... Oh, bist du total abwesend? Da ist die Pflanze, die große. Und dann sind wir hier rein. Anja! Ist denn los mit dir? So, jetzt haben wir schon den zweiten Duli. Okay, Stampfattacke. Boah, sie kommt jetzt her. Schnell weg. Hallo. Oh nein! Das ist ganz schön schnell, ne? Ja. Wie du mich wegbounst! Zack! Okay, langsam runter. Okay, hier war nichts, aber... Ne, hier auch nicht, ne? Ne. Ok, dann gehen wir sich die Tür. Dudi du. Dudi du du. Da war ein bisschen ober... Vorsichtig! Oberst vorsichtig! Oh, heiligstaff. Oh ja, ich hab's gebraucht. Oh ja. Guckst du das im Move? Ja, hast du nicht erwartet, ne? Nee. Ich muss jetzt hier oben Anna kurz verharren, dass der sich rumdreht. Ich drücke mir wieder an den... Propeller, Yoshi. Oh, Scheiße. Bist du auch hektisch? Oh, Gott. Oh mein Gott. Geht's da rein? Ich weiß nicht. Nee. Warte, warte, geht zurück. Du siehst doch, dass das zeitlich nicht klappen kann. Jetzt. Ich zähle bestemmen. Oh Gott. Schnell, ich mich lauf. Da geht's auch nicht rein. Da werde ich gleich unten... Nee, warte mal. Geht's auch nicht, ne? Nee, dann müsstest du kriechen oder sowas. Aber man muss von der Seite kommen, warte. Ah, okay. Ah, scheiße. Oh mein Gott, du bist unter mich gewesen und hast mich dadurch hochgejumpt. Du bist mein Ende. Das hole ich mir auch. Ja, du darfst natürlich auch die Gegner vor dir besiegen, weißt du? Du musst dann immer nicht apathisch dastehen und warten, bis irgendwas von mir kommt. Ja, ich habe auf dich gewartet, damit ich gemeinsam weitergehe. Entschuldigung. Du bist eher ein Hindernis als eine Hilfe. Oh mein Gott. Oh, du... Ah. Oh, jetzt stehe ich natürlich echt ungünstig. Ich komme gleich, warte. Ich konnte mich der dann bitte treffen, was erzählt mir. Was machst du denn? Jetzt noch wie warten können. Hier, genau hier. Guck mal, genau hier. Oh, 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 oh. Hier irgendwie? Warte, hier unten bestimmt. Andere Tür. Weil da hätte ich auch was versteckt. Du würdest überall irgendwas verstecken? Ja. Okay, warte, ich gehe rechts. Oh Gott, ich stehe echt scheiße. Oh mein Gott. Oh, schnell raus. Was war da jetzt? Eine Blume oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, ein Stempel, oder? Ich habe überhaupt nicht geachtet drauf. Überhaupt nicht drauf geachtet. Ich achte drauf. Ich bin gleich tot. Nio. Ich glaube, du musst gleich nie hießen. Tu es nicht, tu es nicht. Meins, 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 meins. Oh, tue ich habe wirklich was einer bekommen. Ja, rechts oder links? Ich würde sagen, links kommt man gar nicht hoch. Ja, stimmt. Auch passender ist ein Kassel. Ja, dann musst du trotzdem mal von dem Ding da weggehen. Ja, bin ich doch. Ja, 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 ja. Oh, guck mal, komm. Oh. So. Oh nein. Das hat er natürlich wieder was geschossen. Oh, okay, wenn diesen Heildinger nicht geht. Ja, warte, warte, warte. Ich komme. Geh, aus dem Weg. Schießt das Ding ab? Ach, schluss. Ja, du kannst es, kannst du auch nach oben lenken. Oh nein, weil ich bin runtergefallen. Ja, weil ich sehe das, ich sehe das. Oh, ich habe es natürlich nicht geschossen. Ist da oben? Ne, kann man nichts machen. Machst du denn? Oh mein Gott, voll verrückt. Willst du mehr springen? Warte, der hat, der hat eine Bombe. Oh mein Gott. Tödi. Na, ich habe die Bombe mal mitgenommen. Vielleicht braucht man die gleich nochmal. Bis sie in deinem Bauch explodiert. Ah, ne, scheint man nicht zu brauchen. Ich gehe nochmal in das Rohr zur Sicherheit. Okay, geht nicht. Abwasser. Lecker Abwasser. Oh Gott. Komm mir schon vor wie die Turtles? Ah, ah, ah. Knapsidee. Warte mal, hier oben in der Ecke war nichts, ne? Ne, du hast ja das Geheimnis aufgedeckt werden. Ja, stimmt. Oh Gott, das ist richtig verwirrend. Ja, an den Gelben müssen wir auf jeden Fall nochmal rein. Oh Gott. Oh, das war nicht klug. Ne. Haha, ohne den Boden zu berühren. Traumhaft. Warum bist du denn? Hä? Ich habe mich doch nach links bewegt. Zu dir. Was soll denn das? Anja! Das verstehe ich jetzt nicht. Ne, am besten du machst gar nichts mehr. Ich gebe... Ne, das ist durchs Grüne jetzt, ne? Das ist so ein Scheiß. Ne, es ist es gelbe. Ja. Oh Gott, ein Hin und Her. Da kommen jetzt so eine Pollen. Ja. Ach Gott, die machen ja echt Charme. So. Okay, jetzt haben wir schon vier von fünf. So, dunkelblau kommt ja oben bei Lila raus. Also da nicht. Weiß was? Orange. Jetzt können wir ja nur bei dem rein. Folgen Sie mir. Gehen Sie bitte, weil hier gibt es nicht zu sehen. Ach, pink müssen wir. Pink oder dunkelgrün. Jetzt hier hoch. Ja. Guckst du? Ja, warte. Jetzt. So. Und jetzt nicht pink. Das ist... Ist das nicht rosa? Nein, das ist schon, glaube ich, eher pink. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, wie du ihn einfach weggenommen hast. Und er so, ah mein Gott. Ja, genau. Das wollte ich auch gerade tun. Und jetzt nach oben schlurpen. Ach, dickes Knäuel. Oh, das hatte ich so nicht... Vor. Nee. Und wieder zurück. Ach Gott. Ist denn hier los? Okay, die ganze Abkürzung. Ah, ah, mh, na, nein. Du wolltest versuchen, das durch das Obero oder was? Ja, aber durch das hier kommen wir ja nicht mehr, ne? Das haben wir, glaube ich, versaut. Warte, wenn ich auf dich drauf bin. Scheiße, Anja, wir haben es versaut. Wir haben es versaut! Oh, da wollte ich gar nicht durch. Oh mein Gott. Ja, kacke. Wir hätten den anderen Weg gemusst. Bevor wir die Röhre aufsaugen. Dann versuch doch nochmal, dich auf mich aufzustellen. Das geht nicht. Das haben wir doch... Oh mein Gott. Das haben wir da schon festgestellt, Anja. Das ist... Weil er immer so abbounced. Ach so, hm. Nein, wir haben es einfach verkackt. Ja, äh... Ich geh mal eben. Äh, okay, wie soll man da jetzt... Ach, oben muss man irgendein Teil drücken, äh... Und unten durch. Von, dass das miese ist, dass das eins davon, ähm... Die Sonnen... Äh, nicht Sonnenblume. Die Blume halt war. Ja. Und wir die ja brauchen. Für die nächste Stage. Genau. Oh Gott. Danke. Äh... Einfach springen, Anja. Das kann... Bin ich doch... Halt springen gedrückt? Oh mein Gott, das... Ey, ich... Boah, ich fass deine Inkompetenz gerade nicht. So. Ist das so schwer? Ja, ja, ist es. So. Wieso? Hallo, ich hab dich fucking gerettet. So. Ach. Schmeiß mich doch nicht weg. Doch. So, deine Jungfräulichkeit. Was? Als Kunde was Kampfen. Ja. Ähm... Oh Gott, der sieht jetzt schon so doof aus. Schmeiß aus. Kakao. Okay, es wird eine Piranäpflanze sein. Obwohl er da so schläft. Lass ihn noch mal schlafen. Wie könnt ihr es wagen, überhaupt so weit zu kommen? Wie könnt ihr nur... Wach auf, Fütterung seid. Es gibt Yoshi. Der hat am Schlafen gewesen. Dann kommt er Kame. Oh mein Gott. Was ist denn da los? Oh Gott. Oh mein Gott. Ah. Ah. Oh Gott. Oh mein Gott. Was ist denn da gar nicht gerechnet? Bomben, bomben, bomben. Ich schluck eine runter. Oh mein... Oh Anja, nein! Verdammte Scheiße. Du hast doch gesehen, dass ich da kam. Boah, du bist nur im Weg. Drück dich aus oder so. Lass mich in Ruhe. Drück dich gleich aus. Vertrag dich nicht mehr. Oh nein, da ist sie wieder. Ach so, jetzt da rauf. Oh Gott. Oh Gott, jetzt knödelt sich das hier so durch. Oh! Sind es da Pilze, die auf ihr wachsen? Oder nur Stacheln? Oder beiden? Also Nadeln sind, dass sie richtig gestopfen sind. Ach so, die komplett durch sind, ja. Oh Gott. Na, es ging nicht richtig rein. Na, werden sie in den Mund halten. In den Mund. So, mal. Ach, scheiße. Ah. Oh, ist noch geschluckt. Er guckt mich so an. Jetzt eigentlich vorhanden in den Augen. Ja. Habt ihr deine Seh? Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich hasse dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Denn los mit ihm. So, Flieger. So, Flieger. Nein, ich bin tot. Du hast noch eine Bombe drin, ne? Ja. Oh, ja. Oh, wer über... Oh mein Gott. Wer hier so langwischt. Nein. Na toll, du hast es eine Bombe, ne? Ja. Ja, dann komm schnell, bevor ich sterbe. Ja. Ich stirb halt einfach so, olle Pflanze. Oh mein Gott. Warum ist der da auch gerade? Na. Da wolltest du abstauben, ne? Ist nicht. Ne, ich dachte, du schaffst es nicht mehr rechtzeitig. Ja, 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 ja. Ging doch. Ja, wir haben trotzdem die Blume vergessen, was halt ein bisschen blöd ist. Glaubt, ein Stempel fehlt uns auch. Ja. Ein Stempel und... Aber wir wissen ja zumindest, wo die Blume ist. Schlaf, 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 schlaf. Oh, da links, aua. Ach. Kugel will hier in den Po. Man kriegt jetzt bestimmt ein Piranha-Pflanzen, Yoshi, oder? Ich glaube. Oh Gott. Du hast 690 Stempel auf, ne? Ja. Ja, das ist auch genau die passende Zahl. Ein Magnet. Ein Stempel. Ja, aber das ist eindeutig Piranha-Pflanzen. Oh mein Gott. Wie doof. Piranha, Yoshi. Sieht aus, als hätte er die umgekehrten Masern oder so. Die umgekehrten Masern? Ja, ich habe mal rote Punkte. Ich weiß nicht. Ist das so? Ja. Oh, guck mal, Eiswelt. Oh Gott, nein, bitte. Eiswelten sind doch cool. Feuer und Eiswelten sind Terror. Feuerwelten, ja, Eiswelten sind cool. Nee. Mehr als Piranha, Yoshi. Ich wusste, dass du das machst. So, dann machen wir das gleich nochmal. Ohne euch. Also, liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Genau. Tschüss. Tschüss.